Ja, meine Freunde, es ist der Tag danach. Wir sprechen nochmal über das Spiel Wolfsburg gegen Werder, beziehungsweise über zwei, drei Details eben, so wie immer am Tag danach, so ein paar Auffälligkeiten, besonders bei den Spielern, die eben gespielt haben. Das heißt, nochmal ein paar Worte zu Mitchell Weiser, Jens Day, Marvin Dux und auch Romano Schmid. Plus auch zum gesamten Spiel gibt es einfach noch ein paar Sachen zu sagen. Kurz der Hinweis, heute Abend um 18 Uhr findet der Stammtisch statt, so wie gewohnt. Das heißt, auch dort könnt ihr da natürlich mit mir zusammen über das Spiel sprechen, eure Meinung sagen. Und das wird mit Sicherheit bestimmt heute verschiedene Meinungen ergeben. Denn es gab eben auch ein paar strittliche Szenen und da sehen die einen das eben so, die anderen so. Und das ist auch vollkommen okay. Das ist auch vollkommen okay, wenn ihr das hier unten in den Kommentaren mal reinschreibt, wie ihr das Ganze gesehen habt, solange es eben sachlich ist und nicht ihr euch gegenseitig irgendwie da beleidigt oder so, sondern einfach sachlich diskutiert. Alles cool, macht es gerne in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Lasst gerne nochmal einen Däumschlag oben da, um den Kanal zu unterstützen. Gerne auch ein Abo dalassen. Und dann fangen wir erstmal an mit dem Gesamtspiel. So, wir haben gegen Wolfsburg 1-1, äh 2-2 gespielt. 1-1, klar. Äh, wie sehe ich das denn? Ich habe gestern gesagt, klar, es hätten drei Punkte auf jeden Fall bei rumkommen müssen, können, aufgrund des Spiels. So, ähm, bin ich aber komplett unzufrieden mit dem 2-2, mit dem einen Punkt? Nein. Ein Punkt in Wolfsburg ist immer noch gut. So, gestern war ich natürlich auch sehr, sehr sauer. Äh, und ich mache das ja auch meistens sehr bewusst so, dass ich immer nach dem Spiel, also immer nach dem Spiel, erstmal meine emotionale Meinung raushaue und am nächsten Tag meistens eben dann nochmal reflektiert, ähm, was dazu sage. Und ich möchte, oder mir ist es einfach wichtig, auch nochmal zu sagen, weil ich glaube, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen anders ankam. Ich finde trotzdem, dass es gut ist, einen Punkt zu holen in Wolfsburg. Und vor dem Spiel hätte ich das auf jeden Fall unterschrieben. Also unterm Strich nehme ich den Punkt und bin damit auch nicht unzufrieden. Aber, so wie das Spiel eben lief, war mehr drinne. Das ist das, was mich geärgert hat. Und ich glaube, das können auch viele verstehen. Ähm, gegen Wolfsburg, muss man sagen, die ersten 30, 35 Minuten, war ich völlig verblüfft. Ich dachte, Alter, wie geil spielen wir eigentlich? Defensiv, komplett hinten, alles zugemacht. Wolfsburg hatte gar keine Ideen. Paredes als individueller Spieler, als Einzelspieler, war immer wieder jemand, der mal durchgebrochen ist, der so ein bisschen, mal eine Idee hatte, aber vom Kollektiv der Mannschaft, auch Wind, völlig kalt gestellt über den großen Teil des Spiels. Übrigens, zu Paredes, muss ich auch nochmal sagen, zum Wolfsburger, wahnsinnig Spiel gemacht. Ich fand den richtig, richtig gut. Das ist ein Schienenspieler, also der ist ja ein sauinteressanter Spieler eigentlich. Ey, Wahnsinn, ehrlich. Dennoch, ich war richtig überrascht. Ich fand das richtig gut, weil, jetzt kommt's, wenn wir den Ball gewonnen haben, war auf einmal kein langer Ball da. Es waren nicht diese einfach random langen Bälle nach vorne und irgendwie gucken, was geht. Nein, wir haben echt versucht, Fußball zu spielen nach vorne. Der Ball wurde flach hinten rausgespielt. Es wurden tiefe Läufe gemacht. Du hast wirklich richtig gesehen, okay, wo ist jetzt hier mein Zielspieler? Wie kann ich den und den mitnehmen? Du hast teilweise auch versucht, das Tempo dann nochmal mitzunehmen. Das hat mir richtig gut gefallen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Es war mir ganz wichtig, hier auch nochmal zu sagen, in dieser Phase war ich so beeindruckt. Natürlich auch vom Tor direkt. Marvin Dugsch ein Brettertor gemacht. Also wirklich, boah, was ein Ding. Junge, Junge, Junge. Ich hab nicht gesehen, wie er, der hat wohl danach, kurz danach nochmal irgendwas, weiß nicht, wie der, was er da beim Jubel gemacht hat. Das, was ich aber gesehen, Entschuldigung, was ich aber gesehen habe und was für mich sehr entscheidend war, war, er ist wieder Richtung Fans gerannt und hat seinen Jubel gemacht und sich auf die Raute geklopft. Das will ich sehen. Und genau so jubelt man. Also genau so finde ich es richtig schön und genau so will ich jeden Werder-Spieler jubeln sehen. Macht euren Jubel, lasst eure Emotionen raus. Aber diese komischen Sachen, so wie letzte Woche, wo wir uns dann unterhalten mussten, ich will das jetzt auch gar nicht größer machen, weil das müssen wir jetzt hier nicht nochmal diskutieren. Aber das hat mir einfach nicht so gut gefallen. Das hat mir jetzt richtig gut gefallen, auf die Raute geklopft und so. Das ist so das, was ich sehen will. Ja, dann im Laufe des Spiels muss man einfach nochmal sagen, Wolfsburg ist zwischenseitig was stärker geworden, auch in der zweiten Halbzeit sind die was stärker geworden. Ende, erste Halbzeit fing das auch schon an. Die haben natürlich auch eine gewisse Qualität. Du kannst die auch nicht 90 Minuten komplett kalt stellen. Das ist auch klar. Also es ist jedem ja auch klar von uns. Dennoch war es so, dass dann, ja, phasenweise Wolfsburg einfach stärker wurde. Wir ein paar individuelle, dumme Fehler gemacht haben. Auch das erste Tor von Wolfsburg. Das ist einfach so schlecht, wenn Stay da mitgeht bei dem Gegenspieler, dann fällt dieses Tor nicht. Das ist halt echt gravierend. Da haben wir uns auch ein paar Leute geschrieben gehabt. Ja, aber Nico, bis auf den einen Fehler von Stay war der überragend und so. Das Problem ist, wenn uns ein Fehler ein Gegentor kostet, dann macht das extreme Abzüge auch bei einer Bewertung. Im Normalfall. Aber, ja, ich war ja gestern auch und da muss ich auch nochmal sagen, wobei zu den Einzelsspielern kommen wir ja gleich. Ich sage gleich nochmal was zu Stay. Weil da habe ich gestern nach dem Stream einen Fehler gemacht gehabt. Aber ich sage das ja immer wieder auch. Auch ich bin nicht fehlerfrei, um Gottes Willen. Und versuche mich da auch immer selber zu reflektieren. Gestern nach dem Spiel war ich da einfach ein bisschen zu emotional. Da werde ich gleich drauf eingehen. Ja, trotz dessen hier auch nochmal dann am Ende dieses 2 zu 2 nimmst du hin. Nimmst du so an. Der Elfmeter bleibt für mich ein ganz klarer Elfmeter. Da habe ich übrigens auch mal eine Umfrage gemacht bei Instagram. Für die Leute, die mich bei Instagram abonniert haben, haben das schon gesehen und mit abgestimmt. 2000 Leute haben jetzt ungefähr schon mal abgestimmt. Könnt ihr gerne, wie gesagt, auch abonnieren bei Instagram. Da gibt es natürlich immer alles schnellere Meinungen. Auch bei WhatsApp unten drunter könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Ich habe gefragt, jetzt ein paar Fragen zu der Situation von gestern. Meiner Meinung nach ganz klarer Elfmeter nach der Regelung. Ich sage bewusst nach der Regelung, weil ich ja selber die Elfmeter-Regelung eigentlich kacke finde. Finde aber, wenn die gegen uns so gepfiffen wird, muss die auch für uns so gepfiffen werden. Das ist einfach nur mein Reden. Eine Regel, wenn die so umgesetzt werden soll, dann muss die immer so umgesetzt werden. Das haben 89% genauso gesehen. 11% haben gesagt, nein, das sehe ich nicht so, war kein Elfmeter. Von ungefähr, wie gesagt, 2000 Leuten, Pi mal Daumen. Die Wechsel kam viel zu spät und dann nur drei zu ziehen, verstehe ich nicht. Das ist auch wieder meine Meinung. Da haben 81% gesagt, fühle ich, sehe ich genauso. 19% haben gesagt, nein, war genau richtig. Das heißt, 19% fand die Wechsel genau richtig, sagen wir mal auf 120%, fand die Wechsel genau richtig, so wie die gekommen sind. Und auch, dass wir nur dreimal gewechselt haben. Das war für mich schon sehr verblüffend, dass wirklich, ich glaube, 200 Leute um den Dreh gesagt haben, ja, nee, das sehe ich genauso richtig. Man hätte da einfach, oder diese drei Wechsel waren genau richtig, die Zeitpunkte waren genau richtig und auch nur das drei gezogen worden sind. Das hat mich schon sehr verblüfft. Und dann die letzte Umfrage war, vor dem Spiel hätte ich einen Punkt genommen, aber so wie das Spiel gelaufen ist, waren mehr Punkte drinne. Das ist ja auch meine Kernaussage. Haben auch 82% gesagt, ja, absolut richtig. 18% haben gesagt, nein, ich bin zufrieden. Und dieses Zufrieden, das muss ich halt bei mir auch ein Stück weit ja revidieren. Das habe ich auch gesagt, ich bin auch zufrieden. Ich bin zufrieden mit den Punkten per se. Nur, wie gesagt, die Umstände machen es schwierig für mich persönlich. Ja, da gibt es natürlich, wie gesagt, ein, zwei, drei Sachen noch zu erwähnen, zu sagen zum Spiel. Beispiel, also bei der Elfmeter-Regelung ist es ganz klar, der Arm ist weg vom Körper, der ist nicht hier dran. Das ist nicht so, sondern er ist weg vom Körper. Das heißt, Vergrößerung der Körperfläche ist ganz klarer Elfmeter. Also nach der Regelung ist es ein ganz klarer Elfmeter. Das kann man gar nicht anders sehen, finde ich persönlich. Dennoch lasse ich natürlich auch Meinungen zu von anderen. Das ist ja kein Problem. Ich sage nur, aus meiner Betrachtungsweise kann ich das irgendwie so nicht sehen. So, Punkt dazu. Dann zu den Wechseln, also bleibe ich auch dabei, das war ein definitiv Fehler. Also nur dreimal zu wechseln gegen Wolfsburg, wo du frische Kräfte ja auch brauchst, zeigt natürlich auch wirklich nochmal das Vertrauen in die Bank. Und das mache ich jetzt mit großen Gänsefüßchen. Das Vertrauen, das Wort Vertrauen. Und da sage ich auch euch nochmal, werde ich wahrscheinlich morgen nochmal ein Video zu machen, zur Bank, zur Wechselthematik und zum Vertrauen der Bank. Weil das geht so natürlich irgendwo nicht. Auch, du stellst am Ende auf einen Dreiersturm um, ja. Spielst praktisch mit Boree vorne drinnen. Dux war linker Flügel, Romano spielt rechter Flügel. Du brauchst doch dann auch frische Kräfte. Du hast gesehen, dass auch Romano und auch Dux, die waren nicht mehr bei 100%. Die konnten nicht mehr jeden Sprint so gehen. Denn auch in Boree hast du das angemerkt. Das ist ja auch vollkommen logisch, das ist ja kein Vorwurf. Aber natürlich sind die in der Minute nicht mehr so fit wie in den ersten 60 Minuten, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und wir haben zwei Leute auf der Bank, die richtig Tempo bringen können. Und jetzt kommt's. Gelernten Flügel haben wir auf der Bank. Leon Opels ist ein gelernter Flügel. Wir haben ihn alle nach der Vorbereitung hochgelobt, es geht nicht mehr. Und jetzt, außen vor, wenn wir Flügelvariante am Ende spielen, kriegt er keine Chance. Warum? Warum denn? Da hat gestern einer in die Kommentare reingeschrieben gehabt, ja, aber wenn der gekommen wäre und wir dann verloren hätten, dann hättest du gemeckert. Also erstmal hätte ich dann auf gar keinen Fall über den gemeckert, weil ich glaube, da haben wir schon genügend Beispiele gehabt, wo junge Spieler reingekommen sind, wo ich gesagt habe, auch wenn die mal einen Fehler gemacht haben, das gehört dazu, das ist ein Entwicklungsprozess. Dennoch würde ich das niemals gleichsetzen, zu sagen, du wechselst einen Spieler ein oder bringst einen, in dem Fall jetzt einen jungen Spieler mit Opels, bringst einen jungen Spieler und wir verlieren das Spiel. Also das gleichzusetzen, finde ich völlig aus der Luft gegriffen. Da erinnere ich auch gerne wieder an den legendären Trainersatz, ihr könnt es ja gerne mal unten reinschreiben. Es gibt keine zu jungen, zu alten Spieler, es gibt nur gut oder schlecht. Und Opels ist ein guter Spieler, der frische Kräfte bringen hätte können. Aber gut, das dazu. Ich will über ein paar Einzelspieler sprechen. Ich fange an bei Stay, weil ich da mir selber einen Fehler zu eigen stehen muss. Ich habe nach dem Spiel sehr emotional direkt gesagt, der schlechteste Mann auf dem Platz war Stay. Dieser Fehler, das ging mir nicht aus dem Kopf. Und dieses erste Gegentor, das war auch einfach echt kacke. Da muss er natürlich mitgehen, das war ein Riesenfehler von ihm. Das gibt natürlich auch echt Abzüge bei der Bewertung, ist ganz klar. Ja, dennoch hat Stay sonst im Mittelfeld auch viele Zweikämpfe gewonnen. War da sehr präsent, ist auch wieder viel gelaufen, hat die sechste Position gut ausgeübt. Das war alles ordentlich. Wie gesagt, der Fehler war einfach das, was mich gestern auch dazu gebracht hat. Das war natürlich ein Stück weit übertrieben. Das wollte ich trotzdem nochmal klarstellen, weil mir auch ein, zwei Leute darauf privat geschrieben hatten. Denen habe ich das auch erklärt, da haben die das auch verstanden, was ich meinte. Aber natürlich war das falsch ausgedrückt von mir, ist ganz klar. Da brauchen wir nicht drüber reden. Es ist so. Stay, ja, wie gesagt, dieses erste Gegentor, das darf nur so nicht passieren. Das war mir wichtig nochmal auch zu sagen, aber auch da zu revidieren. Romano Schmid wiederum, wirklich, was der für eine Entwicklung genommen hat, Wahnsinn. Also einfach Wahnsinn, was der jetzt aktuell für eine Saison spielt. Ist richtig, richtig stark. Ich hoffe und wünsche mir, dass er das wirklich konstant durchgezogen bekommt. Dann ist das genau der Romano Schmid, den wir brauchen. Dann ist er ein absoluter Mehrwertspieler. Sehr mannschaftsdienlich. Soll weiter Vollgas geben. Genau so auf dem Platz funktionieren. Und dann wird das alles und dann läuft das auch. Und dann kann man, glaube ich, auch PKs ein bisschen sympathischer und entspannter machen. Er war ja da bei dieser Deichtuben-Diskussion, ich glaube, mit Björn Knips wurde er da wieder in Benotung, mal ein bisschen sehr gereizt. Das ist dann wieder so, wo ich so sage, ey, alles ganz entspannt sehen, Leistung auf dem Platz zeigen. Und dann wird das alles schon so. Und das ist in dem Fall absolut passiert. Romano Schmid zeigt echt starke Leistung auf dem Platz. Es freut mich sehr für ihn. Akata für die Mannschaft. Und es ist für uns eigentlich aktuell nicht aus der Startelf rauszudenken, Romano jetzt in dem Fall. Ich habe ja oft schon gesagt, ich würde mir so in der Anfangsformation gerne eigentlich eine Doppel-Sechs wünschen. Zum Beispiel mit Stay und Linen. Und dann davor, Romano Schmid, dass du den noch freier machst. Das wäre genial. Auch für ihn wäre das genial. Dann in diesem Zehner-Freiraum. Auch, dass der nicht mehr so schnell fällt. Ist euch das mal aufgefallen? Der wird dann so aufgezogen und so. Und dann, der kickt das trotzdem noch gehalten. Er hat ja auch einen sehr niedrigen Körperschwerpunkt. Also das ist so schon sehr, sehr stark. Ja, Marvin Duxch, auch wahnsinns Tor gemacht. Absolutes Traumtor, muss man da einfach sagen. Bei vielen Situationen offensiv dabei gewesen. Oft klatschen lassen, geschickt dem Nebenspieler. Das war einfach mal wirklich wieder ein guter Auftritt von ihm. Von seinen Auftritten in der Saison würde ich sagen, fast einer der besten. Wenn nicht sogar der beste Auftritt von ihm gewesen. Sein Traum ist es ja. Oder er würde nicht Nein sagen oder so, hat er jetzt gestern gesagt. Thema Nationalmannschaft. Er hat aber schon mal gesagt, dass das auch ein Traum von ihm ist. Und das würde ich ihm ja auch gönnen. Ich habe nur gestern auch nochmal gesagt. Und das sehe ich auch wirklich so. Solange wir mit einer Spitze nur spielen in der Nationalmannschaft, kann ich mir nicht vorstellen, dass Duxch nominiert wird. Weil er als einzelne Spitze sehe ich ihn irgendwie überhaupt nicht. Natürlich, da sind wir alle Menschen. Kann man gerne einen vom Gegenteil überzeugen. Ich sehe es persönlich nicht als einzelne Spitze. Wenn wir in der Nationalmannschaft für Doppelspitze stellen würden, dann wäre das eine sehr interessante Lösung, Duxch zu nominieren. Wenn wir jetzt sagen, okay, Duxch kann aber auch hinter einem Stürmer spielen, also auf der 10, da müsste er konkurrieren mit Jamal Musiala, Florian Wirtz, Havertz und noch viel mehr. Da ist Duxch völlig außen vor. Also da ist er chancenlos, sage ich sogar. Da ist er wirklich chancenlos. Wenn dann wirklich als zuarbeitenden Stürmer, also als Doppelspitze in so einer Region, dann ja, dann könnte es was werden. Da bin ich auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber wie gesagt, das wollte ich nur nochmal loswerden. Mitchell Weiser macht mir aktuell so ein bisschen, ich werde jetzt nicht sagen, Sorgen. Hat ja auch gestern eine Vorlage wieder gemacht. Aber in diesen, ich sag mal, neuen taktischen Anweisungen scheinbar hat er viele Defensivanweisungen bekommen. So kommt es mir zumindest wirklich vor. Arbeitet viel mehr mit nach hinten, ist hinten auch nicht immer souverän, das ist ja auch so. Aber er hat halt seine ganz kleinen Stärken vorne. Eigentlich musst du Weiser echt eine neue Position irgendwie zuordnen, weil so nehmen wir ihn selber raus. Und eigentlich ist er qualitativ, technisch auch einer unserer besten Spieler, gerade im offensiven Bereich. Ich weiß nicht, ob da der Plan aktuell so der perfekteste ist. Ja, sein Vertrag läuft zudem ja auch noch aus. Vielleicht ist das auch noch so ein bisschen in seinem Kopf. Aber da wünsche ich mir, dass Weiser wieder so frei und geil nach vorne funktioniert, wie wir es eigentlich gewohnt sind, sag ich mal. Ja, Freunde, das waren so ein paar Kommentare, die ich einfach nochmal zum Spiel, zu ein paar Spieler loswerden wollte. Ihr könnt mal gerne eure Meinung unten reinschreiben. Wir haben ja letzte Woche viel auch über die Abwehr gesprochen. Heute wollte ich mal über ein paar andere Spieler aussprechen, dass wir natürlich auch über die mal sprechen. Und ich denke mal, morgen werden wir dann über die Bank sprechen, die Wechselthematik, also nicht Wechselthematik per se, sondern das Vertrauen in die Bank und eben die Förderung auch der jungen Spieler. Da würde ich einfach nochmal drüber sprechen. So, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Wochenstart. Wir sehen uns ja wieder heute Abend beim Stammtisch. Ich bin jetzt erstmal raus. Euer Nico und ciao.